Hey, hallo, hier ist Rania und oh Gott, was macht ihr da? Willkommen zu einer neuen Folge! Wolf! Wolf mit Leuten, die komplett normal sind im Kopf. Auf jeden Fall, definitiv, keine Frage. Wir sind wieder auf der Titanic, der meiner... Oh Gott, stopp den Wahnsinn. Der meiner Meinung nach besten Web und eigentlich... Oh Gott, warte, wir starten. Nein, keine Sorge, das ist nicht der Lobby-Knopf, das ist der andere. Richtig, Rocco. Oh, du bist ein ganz... Ich bin ein ganz... Ey, der Tester ist inaktiv, wir können nicht testen, leider. Du bist zusätzlich der aggressive Tobias. Ich bin aber schon getestet auf psychische Krankheiten. Das sagt man eigentlich nicht, weißt du? Du kannst nicht die Leute am besten mit ärgern. Aber... Ey, was sagt man nicht? Das ist meine aggressive Tobias, was? Hä? Oh, ich hab ein Holzschwert. Beast Mode. Ich hab gewonnen. Durchgespielt. Oh nein! Ich hör den aggressiven Tobias schon wieder brüllen. Das ist auch schon wieder schön. Aber ich muss schon sagen, das ist echt lustig gemacht. Ey, der war nicht bei mir. Der wird schon ein random Spieler tippiert. Ach so. Dann war das echt anlucky, letztes Mal für dich. Okay, okay, okay. Oh, warte, jetzt ist die... Ah, ist bei mir! Ah! Ich will nicht. Ich will nicht. wie ein Kampf. Okay. Ne, das kenne ich nicht, ne. Ich hab's geschafft. Wow Tops. Okay, juhu. Ich bin ihn los. Gute Nachrichten. Äh, Flo? ich war schon wenn ich sterbe ist es so wird der richtige schau mal hier siehst du siehst du hier das andere land die andere ich hab ganz andere probleme ich bin es nicht ich bin es einfach meine ich bin es hexenjagd so eine schöne hexenjagd weil sie sich manchmal so fällt wie eine böse außer dass topst ist ich würde topst einfach aus dem prinzip töten der ironia du sagst zwar ich bin kein wolf aber du würdest mich trotzdem töten würde ich auch töten wenn du sagst ich ein hex bin ja gut aber du bist ja eher ein kerl und deswegen ein bisschen ein hexer ein magier sowieso komme ich nicht an diese kästen ran ich bin frustrierend hör auf topst kommt mir meine sachen alles klar topst ist der wolf geh weg ist meine kisten hast du topst? Hast du Tops getötet? Warte, Tops, du hast gerade Flo getötet. Du gibst es sogar zu. Und du bist die andere Person, die zufälligerweise beim Wolfssucher rausgekommen ist. Hm. Hm, Tops. Verdächtig. Okay, das kann auch sein. Aber gibt es irgendeinen Beweis, dass der Wolfssucher aktiviert wurde? Kann man das irgendwie nach... Wenn du den Wolfssucher selber holst, oder? Ich meine, wenn er denn nicht funktioniert, dann weißt du, dass er wirklich schon mal geholt wurde. Ich habe aber nicht genug Geld dafür. Wie viel Geld kostet das? Wolfssucher, 30 Emirates. Ich könnte mir einen holen, aber dann hätte ich keinen Schutz oder so. Ich könnte auch einen holen, ich könnte auch einen holen. Jö, dir glaubt keiner. Dir glaubt keiner, ja. Es geht ja darum, dass wir... Jön, warum würdest du denn einen zweiten holen wollen? Man kann keinen zweiten holen. Ja, wenn ich jetzt wieder drauf zurückkehren, Wolfssucher. Ah, oder... Oder, Ronja, es könnte sein, dass Jön sich den Wolfssucher geholt hat. Einfach nur... Ich krieg... Also, Tops, es wirkt schon echt so, als ob du gerade von dir ablängst ein bisschen. Ja, soll ich sagen, ja. Also, muss ich neutral beobachten. Ja, denk doch einfach mal logisch nach. Wieso würde ich jetzt versuchen, nochmal den Wolfssucher zu aktivieren? Weil du das gerade als Ausrede benutzt, weil du vielleicht den Wolfssucher gekauft hast. Ja, aber dann hätte Jön doch nicht gesagt, dass... Ronja, schiebt sie an, Ronja. Äh, ich glaube, da habe ich gerade vom Dach rum verflossen. Ah, Tops, Rödi! Ah! So, wo bist du? Du musst mich erstmal finden. Ich habe dich aber gerade gesehen gehabt. Das heißt, es sollte kein Problem darstellen. Ähm, wenn du noch da bist, wo ich dachte, dass du bist... Bist du scheinbar nicht mehr da. Ich bin ernst im Keller. Du bist im Keller? Wirklich? Maschinenraum. Warte mal. Ja, Maschinenraum ist natürlich beunruhigend. Ähm, hm. Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Lol, warte, kann ich? Lol. Was kannst du? Nein, nein! Was kannst du? Ich habe ich... Lol. Ich habe ein halbes Herz. Warte, was? Hä, was? Hä? Äh, Julian ist gestorben. Warte, woran bist du gestorben, Julian? Julian ist auf... Er stand auf heißer Kohle. Ah! Ach, genau, ich weiß, warum. Hast du vorhin diese Falle aktiviert? Was? Ich habe eine Falle... Ronja, hast du vorhin diesen Dings aktiviert? Diese Ofen? Ich habe... Äh, weiß ich nicht. Kann sein? Muss nicht sein? Äh, ich erinnere mich nicht. Wieso hast du... Hey, wir nehmen gerade Damage hier. Ich nehme Damage, weil ich noch letzte Runde getötet habe und man dann ja als Schaf, wenn man direkt danach restartet, noch von dieser Bestrafung Damage kriegt. Ach, das! Dann ist doch dieses, du fühlst dich sehr schuldig. Du meinst, das ist nächste Runde? Ja. Das hatte ich auch vorhin, als ich eine Runde Wolf war, dann bin ich direkt am Anfang gestorben, weil dann ein aggressiver... Gut. Aggressiver Tobias gestorben. Und dann... Julian ist hier, Julian ist hier, Julian ist hier. Ich bin hier. Ich bin hier aggressiv, weißt du... Gibt es eigentlich auch einen normalen, Tobias? Äh, nö. Dann hätten wir den normalen, also den Standard-Tobias, der sieht halt mega cool aus, also... Ah, debatable. Ich habe dein Facecam-Video gesehen, Tops, jetzt kannst du dich nicht mehr verstecken. Äh, ja, und? Das ist auch so schlimm. Au! Wie geht das? Au! Tops, brauchst du nicht ein bisschen Wunde-Entzündungs-Creme? Hahaha. Hier ist Ronja. Bist du wieder direkt hinter Ronja? Bist du ärger? Tops, bist du ärger? Ich greif dich nicht an, wenn du mich nicht angreifst. Wenn du mich angreifst, bist du confirmed, der Wolf, und ich muss dich töten. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Danke. So, warst du hier schon drin, Ronja? Ja. Im Lagerraum? Das ist neu, ne? Das ist nicht neu. Was für ein Lagerraum? Hä, der auch? Wo du... Das ist der App-Lock-Frau, oder? What are you doing? Wer hat gestorben, oder wer hat gerade Schaden gekriegt? Bin gerade von der... Von der... Oh, ich bin gerade gefallen. Er hat jemand von euch ein bisschen Kleingeld, äh... Ich habe leider gar nichts. Vor allem keine Rubine. Warte mal. Was kann man sich denn irgendwie... Nichts. Ich könnte mir 10 Pfeile holen. Premium. Man muss 15 Eisen bezahlen, um einen Eisen schwert und ledigen. Da könnte man sich eigentlich... Ich sehe, Ronja. Ich bin friedlich. Ich will nur looten. Ich will mir als ein Geschenk. Ich meine mir selbst geschenken kann. Ich seh Ronja. Ich will nur looten. Ich seh Ronja. Ja, ich seh dich aber nicht. Wo bist du überhaupt, Flo? Ich seh Ronja. Ich seh Flo nicht. Flo ist der Wolf. Ich bin nicht der Wolf, ich bin testen. Ne, der Tester geht nicht. Jemand kriegt Schaden gerade irgendwie. Oder jemand hat einen Schaden. Aber du siehst mich. Ich seh Ronja. Oh mein Gott. Ich seh Flo. Nein, das stimmt nicht. Bist du das nicht? Warst du das? Hä, hast du dich hier hinten nicht gerade versteckt gehabt? Nein. Flo? Das bin ich nicht. Geh weg. Au. Unschuldigung, ich wollte dich nicht angreifen. Ich wollte auf den Knopf drücken. Ich wollte nur auf den Knopf drücken. Lauf ich rochen. So. Ähm, ich seh Flo. Ja, bei der 42 sind wir. Wenn ich sterbe, ist es Flo. Definitiv. Flo schlürft Unsichtbarkeitsdrank. Okay. Flo schlürft. Okay. Jetzt ist Flo unsichtbar. Ich seh Ronja. Ist nicht möglich, ich bin hinter dir. Nein, die Rune ist hinter mir. Und schau mal, die ist ein Secret. Andere, nicht hier. Warte mal, irgendwo da. Hier machen wir das auf. Warte mal. Irgendwo unter Wand. Warte, warte. Kann ich mir denn alles vorher nicht hören? Einfach mal ein Schnürf. Okay. Randolf, wo ist das? Wo ist das Secret? Ich weiß nicht, welches Secret meinst du? Ah. Ey, wo denn? Im Lager vor ihm. Oh, ich habe ihn. Ey, Flo, kann man an diese Kiste hier oben rankommen? Komm, komm mal her. Dreh dich mal um. Ich bin schon dründet. Dreh, ja, dreh dich mal um. Komm mal zurück. Oh, Flo, Flo, gib mich Flo. Jelb. Das war der schlimmste Schrei, den ich jemals gehört habe. Das ist so sad. Jelb, ich schwöre bei mir. Ich schwöre bei mir, Flo. Oh mein Gott. Was ist denn da deine Aktion, Flo? Würdest du dir da nicht denken? Ich kann nichts sagen, aber Jelb, du hattest gerade das eine Wolf, Alter, bin ich an die Spawn, ey. Wo ist denn Julian jetzt? Um 20 Emeralds, die Heavy Duty kauft. Na, komm mal her. Ey, das kostet aber nur für den Wolf 20 Emeralds. Aha. Ne, das stimmt. Ich habe die gestern... Äh, gestern. Ja, Julian, ist der Wolf, ja, töt ihn. Ich sehe, ich sehe Ronja. Ich sehe Julian. Nein, er will nur, dass jemand von sich unter... Julian ist es, oder nicht? Äh, nein, nein. Warte. Hä? Sicher? Ich habe dich geschlagen mit der Hand, Julian. Jetzt wurde ich ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen beunruhigt, muss ich gerade sagen. Wolfsucher? Okay, ich hole einen Wolfsucher. Ich kann keinen Wolfsucher holen. Aber, äh, Wolf, Julian, Julian, Flugkafe, Flugkafe, Flugkafe. Wie ein Mädchen. Original wie ein Mädchen. Wir können ja meinen Schrei reinkatten kurz vor Tops Schrei. So, wo ist denn Tops jetzt? Oder irgendwer. Ich weiß nicht, ich bin unten bei dem Dingskerd. Unten? Ich komme mal runter zu dir. Ich warte im Keller. Jo, Mann. Äh, ich sehe Flo. Pass auf, pass auf, pass auf, okay. es ist ja ich vertraue dir floh vertraue dir ich habe jetzt eine heavy dumm und wenn jemand spinnt du wirst es bereuen lasst uns hier ja in suchen und töten oder er kippt mich doch oder er kippt das war es war schon ein paar mal so dass das florenz am ende noch gerampage statt ich hätte so viele chance gehabt zu töten es tut mir leid okay ich entschuldige mich aus tiefstem herzen das ist ja schön für dich ja ich dachte du hast scharfsucher bekommen lüge doch nicht was bringt mir scharfsucher da oben bist du ja wo bist du ich habe lebensretter so das war's mit dieser folge wolf ich hoffe sie hat euch gefallen ja dann lasst einen daumen hoch da und abonniert den kanal damit ihr kein wolf mehr verpasst bis zum nächsten mal macht's gut tschau